Ludwigsburg, 28. September 1930 Mein lieber, lieber Walter! Herzlichen Dank für dein liebes Sonntagsbriefle, es ist lieb von dir, dass du mir dieses Plauderstündchen geschenkt hast, Wohlt Erlein. Unserem Walter geht es nun wieder recht ordentlich, ich glaube, dass die Gefahr nun überstanden ist, im Bett muss er natürlich noch bleiben, wenn ihm das auch sehr schwer fällt. Heute ging's ihm allerdings fein, an Unterhaltung fehlte es nicht. Am Nachmittag war meine Schwester, mein Schwager und Herr Nauen da und denk dir mal, nachher machte auch noch Marianne ein Krankenbesüchle, das ist doch arg lieb von ihr, ich hab mich unendlich darüber gefreut. Heute Abend sitzt nun Kurt bei ihm, scheinbar unterhalten sie sich gut, ich hör's bis hierhin. Für mich ist das fein, so hab ich doch wenigstens diesen Abend für mich, sonst ließe mich ja Walter nicht weg. Bis jetzt habe ich nur gelesen, meine Lektüre befriedigte mich im Grunde genommen gar nicht und doch hat sie mir sehr viel zu denken gegeben, es gibt Dinge auf dieser Welt über die man verzweifeln könnte, man wird nicht fertig damit, die Fragen umkreisen einen wie mit Fangarmen und man findet keine Lösung, es ist wie ein Drehen um sich selbst. Genug davon. Musst mir mal davon erzählen. Musst mich überhaupt ein bissl auf dem Laufenden halten, ich war ja nun bald ein volles Jahr lang nicht mehr im Theater, ganz gräulich rückständig komme ich mir da oft vor. Über deine neue, oder besser alte, wieder hervorgeholte Liebhaberei hab ich mich arg gefreut, in Gedanken helfe ich dir damit, das macht auch mir Spaß. Praktisch am Aufbau mitzuhelfen, war mir ja noch nicht vergönnt, vielleicht eigne ich mich dazu auch gar nicht, du hast dafür vielleicht ein besseres Gefühl als ich, die ich mir einbilde ich könnte damit machen, schade, denn das Ausdenken ist doch eigentlich das Schönste. Es ist auch nett, wenn man dann die ganze, aufgebaute Herrlichkeit zu sehen bekommt, vielleicht sogar vor einem Meister stehen darf, aber die Freude des Aufbauers der sich all das ausgedacht hat und nun Freude daran empfindet, dass alles so schön klappt, die geht einem doch verloren. Na, alles kann man ja nicht haben, und wenn man bessere Helfer haben kann, wird man sich nicht gerade den schlechtesten holen. Wohlt alle, das wird doch hoffentlich nicht wie ein Vorwurf klingen, denn ich wollte dir sicher keinen machen. Verstehst mich, gell du? Ich bin arg froh, dass du mir über mein Urteil über Marianne nicht böse bist, das geschriebene Wort klingt oft so arg hart, eine mündliche Unterhaltung gleicht so viel mehr aus, solche Themen sollte man deshalb viel lieber nicht auf schriftlichem Wege zur Debatte bringen, es ist eine große Dummheit von mir, dass ich diese Überlegung so oft außer Acht lasse oder zu spät dazukomme. Mit vielen herzlichen Grüßen von Walter und Wiff und einen extra lieben Gruß von mir bin ich immer deine Hilde.